Hallo lieber Hundefreund, herzlich willkommen zu einer kleinen Expedition in die Welt deines Hundes. Mein Name ist Petra Asmus. Ich bin Trainerin für Hunde und für Menschen. Und ich möchte dich ein kleines Stück auf dem Weg mit deinem Vierbeiner begleiten. Ganz bestimmt hast du, wie jeder andere Hundehalter, eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie das Zusammenleben mit deinem Hund sein sollte. Alle wünschen wir uns Spaß und Freude mit unseren Hunden. Bestimmt ist dein Hund für dich ein Familienmitglied. Kurzum, man möchte einen treuen Wegbegleiter, einen netten Freizeitpartner oder vielleicht sogar im Arbeitsleben einen Gefährten. Wenn du neugierig geworden bist, kannst du dich zum Beispiel mit unserem Film informieren oder auf unserer Webseite www.hundeschule-rostock.de stöbern.